Bornak – Ford Stop Safety Bornak's Tri-Basic – ein universeller Auffanggurt für alle Anwendungssituationen. Dieser Auffanggurt ist speziell ausgerichtet auf die Bedürfnisse von Handwerk, Gerüstbau, Hubarbeitsbühnenführer und Wasserwirtschaft. In Verbindung mit dem Hardlight-Karabinerhacken lassen sich die Anschlagschlaufen als vorderer Anschlagpunkt verwenden. Die rückseitige Anschlagöse ermöglicht eine nahezu uneingeschränkte Bewegungsfreiheit und sichert zudem eine aufrechte Hängeposition des Nutzers. Durch kraftlos optimierte Nahtbilder werden Zugkräfte ergonomisch auf den gesamten Gurt verteilt. Die Größenanpassung erfolgt durch individuell einstellbare Beinschlingen, Schultergurte sowie Brustgurt. Die Sicherung der Gurtbandenden an Bein- und Schultergurt wird durch die spezielle Gurtbandende-Verwahrung gewährleistet. Der ergonomisch geformte Gurt besitzt drei Verschlussvarianten aus hochwertigem, korrosionsbeständigem Stahl oder alternativ aus Aluminium. Der Hardlight-Karabinerhacken ist als Zubehör verfügbar. Pornack. Oben bleiben.